Ja, willkommen hier wieder zurück beim Let's Test Let's Show von ARK. Ich habe ein bisschen gebaut, offline, mich so ein bisschen, ähm, ja, bekannt gemacht mit was so alles geht, was nicht geht und so weiter. Und, äh, wir hüpfen wie so auf, wir müssen auf einem anderen Planeten sein, also, weil die Schwerkraft ist nicht so schwer. Weil wir hüpfen nämlich wie auf den Mond. So, was machen wir denn jetzt? Ich habe ein bisschen Fisch, ich habe ein bisschen Fleisch, ich habe ein paar Beeren. Ich habe sogar eine Kiste, wo ich die irgendwie scheiße lassen lasse. Ich habe hier noch keine Treppe, ich weiß nicht, ich kann nicht mehr Treppen bauen. Ich habe hier eine Kiste, äh, Klingelkot, brauche ich beim Einzelspieler nicht, ich habe hier nämlich ein paar, paar Sachen, ich brauche Tierhaut für einen, ähm, Schlafsack. So, zu diesem Zweck, ja, ich gehe jetzt mal auf die Jagd. Ich habe da hinten, das letzte Mal habe ich gesehen, da hinten. Ah, ne, da oben war er, da wo die Spitze ihn zeigt, da war ein Bronchiosaurus oder so, wie die heißen, diese riesigen. Diese riesigen Little Foots, ähm. Waren da, oder war einer da? So. Mir ist kalt, ich weiß gar nicht warum, hier ist doch Sonde überall, wieso ist mir denn, wieso ist mir denn da kalt? Da müsste ich auch mal hingehen, aber ich glaube, da brauche ich eine bessere Waffe, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mehr mit Ark überhaupt nicht aus. Ähm, deswegen weiß ich es ja, let's test, let's show. Äh, falls ihr davon mehr sehen wollt, ein Let's Play vielleicht, ein unbestimmte Zeit, langes Let's Play, Müsstet ihr mir das sagen, weil ich hätte schon, also ich möchte auf jeden Fall privat selber mal reingucken, auf jeden Fall noch etwas länger. Ähm, ein weiblicher Lystosaurus. Oh, lege die Nahrung in den Gegend, um zu zähmen. Oh. Oh, geht gar nicht. Ich muss den jetzt kaputt hauen, ne? Ich brauche aber T-Lot. Bei mir! Nein! Hä? Ach, der ist tot. Okay. Gib mir dann weich! T-Lot. Was? So, kann ich denn jetzt wieder einen Sperr bauen? Ich brauche einen Sperr. Ich habe nicht. Ah, ich habe keine Fasern. Wie kann denn das sein? Ich bin schutzlos ausgeliefert, der Wildnis. Also, der Sound ist schon ganz cool, aber was mich so ein bisschen stört, ist die Performance. Aber gut, es ist noch ein Early Access. Was mich auch ziemlich stört, ist das Arc. Da gibt es ja einen DLC inzwischen für. Heißt Scorched Earth, verbrannte Erde. Geht um, ähm, nicht um Dinosaurier da, sondern um Drachen und so ein Kram. Finde ich ziemlich cool, die Idee. Und sieht auch genial aus. Aber. Hä? Was ist denn da? Warum kam der Schatten so kasselzum? Aber. Die verkaufen das als DLC für 20 Euro. Warum? Warum macht man schon DLC für 20 Euro, wenn das Spiel noch nicht mehr fertig ist? Ah, das Spiel ist immer noch im Early Access. Und die verkaufen das alle schon für 20 Euro? Wo ist meine Hütte? Ach da, da muss ich irgendwie mal fackeln oder sowas dran machen, damit ich das wiederfinde. So, mir ist kalt. Ich weiß gar nicht, wie es mir kalt sein könnte, weil es sind doch Dinosaurier hier eigentlich. Deswegen dürfte eigentlich gar nicht kalt sein. So, ich habe genug Tierhaut, glaube ich, ne? Um mir einen Sack herzustellen. Ich baue mir einen Sack. Äh, lalalala. Ach, Stoffbänder, keine Schuhe. Habe ich schon... Wo ist mein Sack da? Ich brauche noch... Ich brauche 25 Tierhaut. Spinnt ihr denn? Habe ich Stoffhandschuhe? Äh... Da brauche ich aber auch Tierhaut für. Ah, baue ich mir jetzt einen Sack oder baue ich mir... Aber Rüstung ist, glaube ich, besser, ne? Oder so. Ich weiß es nicht. Ich brauche mir erst mal einen Speer. So, wo geht es denn eigentlich raus jetzt? Ach du Scheiße. Da? Da. So, ich mache mal ein Feuer an. Weil dann ist ja nicht mehr so, äh... Dunkel, dann weiß ich, wo ich bin. Holz habe ich ja genug erst mal. So. Hier ist kalt. Ich sollte ein Wärme und Out aufsuchen. Ich muss erst mal hier jagen und so. Ich bin doch hier... Ja, Jäger und Sammler. Mehr Sammler als Jäger. Und ich sammle ganz viele Bärchen. Schlag... Schlag... Ich schlag nicht. Ganz viel Fasern, 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 Fasern. Und ich muss was essen. Äh... Hier habe ich es gelegt. Fisch. Ich habe nämlich Piranha erlegt. Zwischenzeitlich mal. Aber das Fleisch trinkt nicht so viel irgendwie. Das lädt den Hunger nicht so auf. Dann müssten sie vielleicht auch noch mal ein bisschen was ändern, oder? Fleisch macht nicht so satt. Also wenn ich zwei Stücke, fette Fleischstücke nehme, dann, ähm... füllen die nicht den Magen so sehr, wie es eigentlich sein sollte eigentlich. So. Ich gucke mal, ob ich jetzt hier was finde. Wie ein Tier. Ich brauche ja noch... 14. 14 Tier. Wie kann man zähmen, ne? Habe ich Narko-Beeren dabei? Ich will immer mit Tappmann links öffnen. Ich habe Narko-Beeren dabei und ich habe was zu essen. Ich habe aber nur eine... Nur eine Narko-Beere? Die muss ich denen geben, ne? Damit die... Damit die das, äh... Ich möchte ja mal so getampten Dings haben. Was sind denn die ganzen Narko-Beeren? Da zwei habe ich jetzt. Ich finde, dass hier gleich irgendein Raptor aus dem Dings rauskommt. Ich muss die irgendwie kaputt hauen, ne? K.O. Komm her, Dodo. So. So, das muss ich dem jetzt geben zu essen, ne? Wo kann ich denn das sehen, wo der getampt wird? Das dauert ja, ehrlich. Wie kann ich denn jetzt die Narko... Muss ich denn immer Narko-Beeren verpassen? Der ist ja dann nicht mehr bewusstlos. Ich weiß es. Ich weiß es nicht. Ich habe gesehen in meinem Hersteller darum, dass man im Bewusstsein so Dings... so ein Narkosemittel herstellen kann. Ah, jetzt kann ich... Benutzung jetzt zwingen, ist es. In der Zwischenzeit muss ich nur ein paar Narko-Beeren sammeln. Narko-Beeren, 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 Narko-Beeren. Ja, zwei habe ich schon wieder. Ist mir gut. So, wo ist denn jetzt mein Vieh? Ah, hier hinten. Richtig geräusch. Ich hau dich bewusstlos und verpasse dir zu Betäubungsbeeren. Und dann gebe ich dir was zu essen und dann liebst du mich für immer. So mache ich das übrigens auch mit den Frauen, wenn ich Frauen kennenlerne. Dann hau ich die erstmal kaputt, beziehungsweise bewusstlos schleppe die in meinen Bau. Also zwinge die, äh, betäube die dann, äh, zwinge die mit Betäubungsbeeren oder, ähm, auch mal mit Chlorophyll oder sowas. Ja, Chloroform meine ich, ähm, äh, zwinge ich die down. Dann gebe ich denen was zu essen. Ja, hier nennen wir mal eine Pizza oder hier mal eine Erdbeere oder dies. Dann, wenn sie dann aufwachen... Ho, Horix, mein Liebster aller Schätze. Das ist heute echt lange mit dem Zähmen. Geschlecht männlich, äh, das ist dann, äh, ja. Brauche ich noch ein Weibchen für ihn eigentlich. Damit er sich nicht so alleine fühlt. Ich bin auch alleine, äh, ich bin ganz alleine. In dieser unwirksamen Wildnis. Ich glaube, eine Narko-Beere brauche ich jetzt nicht mehr. Los, komm. Du willst es doch auch. Yeah, you have tamed a dodo. Common name dodo. Spezies Raptus Pelicare. Time, late, holo, sehne. Diet, äh, herz, irgendwas. Äh, temperatur, oblivious. Temperament oblivious, so. Die haben kein Gehirn, die haben, äh, nichts, die kann, essen kein Fleisch und, äh, dodo. Wie haben wir einen dodo? Wie nennen wir dich denn? Wie nennen wir dich denn mal männlichen, männlichen Namen? DJ Bobo. Das ist jetzt DJ Bobo. Hä? Wett? Ich, oh mein, dodo, das ist schon, oh, Koko. Ich, oh mein, dodo. Koko wäre auch ein kleiner Name. La, 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 la. Flieg, dodo, flieg. Flieg. Du bist frei. Flieg. Hoffentlich kackt der mir nicht ins Gesicht. Wenn du mir ins Gesicht... Alter, aber das war ich. Boah, ich hab grad schon gedacht. Mann, Mann, Mann. So, dodo. Hier, komm, ich werf dich auch aufs Feuer. Wie kann ich den jetzt loslassen? Höh. Höhöhöhöh. Der folgt mir nicht mehr, ne? Der folgt mir überhaupt nicht. Der bleibt, ich hoffe, der bleibt da. So. Alter, hat der hier reingekackt? Kann ich den Sachen geben? Achso, die verderben auch da, wenn ich das heiße. Ich muss das Ruhrfleisch... Ah, der ist verdorben, das Fleisch. Nein! Was kann ich denn damit machen, mit verdorbenem Fleisch? Ich weiß es nicht. Kann ich das dem Dodo geben oder irgendjemand anderen? Vielleicht zur Betäubung? Keine Sachen tragen für mich, ne? Kann ich den die Dino-Brille aufsetzen? Ne. Hmm. Ne, den kann ich den nicht aufsetzen. Schade eigentlich. Das wäre ziemlich cool, wenn ich dem die Brille aufsetzen könnte. Oder einen Hut. Ich hab'n Dodo! Ja! Dodo! Aber ich hab' schon wieder Tab. Kann ich das... Ich muss die Keeper in den vielleicht mehr ändern, dass anstatt I mir mit Tab man im Winter aufgeht. So, ich brauche jetzt aber... Ja, Dodo. Du bist einzig und wahre. Mir ist kalt, wieso? Ich hab' doch Kleidung an. Ich muss jetzt aber auf die Jagd gehen. Der Strahl folgt mir. Wieso... Wieso folgt mir der Strahl? Das ist ein bisschen unheimlich. Hallo? Was ist denn das da hinten? Aber ich will da jetzt nicht durchschwimmen, weil das sind nämlich Piranhas. Da hab' ich keinen Bock drauf, um mich zu sein. Hä? Achso, kann ich auch schlagen? Mit Steuerung? Kann man sich ein Floß bauen oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht... Ich muss... So, ja, ich hab' Angst vor den Piranhas. Und ich so sagen, hier muss ich... Muss ich vielleicht mal machen, wenn's hell ist. Wenn ich was sehen kann. So. Ich hab' Hunger. Ich hab' Hunger. 6, was ist das von 6? Eine Stimmbäre. Der ist jetzt hier ein paar Beeren. So. Das ist ein bisschen seltsam, dass mir das folgt. Dieses Licht. Ich bin on-spot. Ah, hier ist Ende? Ah ne, hier ist nur so ein Felsen. Aufpassen, dass uns nichts Böses hier entgegen mischt. Nicht, dass ich dann sterbe. Hab' ich auch keine Lust zu. Ich weiß nicht... Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da gespawnt bin. Bin ich hier gespawnt? Ich brauch' Wasser. Ich war doch wankern, wir haben doch gerade hier eben drinnen. WTF oder sind das die Beeren gewesen, die so viel gezogen haben? Kann sein, dass die Stim-Beeren so viel Wasser gezogen haben gerade. Was ist denn das? Alter. Wie heißen die Spinosaurus? Alter. Ja, ich hab' nur'n Speer. Was ist das? Ach, das sind die Guten, ne? Das sind diese... Die haben so'n Horn. Parasaurus. Kann ich den... Kann ich auch tamen? Wahrscheinlich, ne? Ja, lauf' nicht. Ich brauch' aber irgendwas anderes. Ich hab' gesehen, dass man eine Zwille auch bauen kann. Vielleicht kann man damit effizienter die Leute tot hauen oder die Dinos. Äh, beziehungsweise bewusstlos. Sind die böse oder sind die nur Wasser? Der kämpft gegen irgendwas. Gegen was kämpft denn der jetzt? Was war das? Irgendwas ist hinter mir. Alter, diese scheiße Kacken. Die scheiß Kacken mittendrin. Was war'n das jetzt? Was hat denn der... War das dieses Vieh? Hatte mich das das Vieh gejagt? Greift der den an? Der greift den an! Der greift den Parasaurus an! Ich bin zu jung zum Sterben. Ich brauch'n Raketenwerfer oder sowas. Ei, ei, ei. So wird das nichts mit der Tierhaut. Ach du Scheiße. Ich glaub' ich geh mal die andere Richtung. Eigentlich müsste ich mal rüber, aber wie gesagt, da sind Piranhas und ich will da nicht. Die töten mich sofort, die Piranhas. Äh, Bobo! Bobo, rette mich! Das ist noch ein paar... Da oben ist er wieder! Der Bronchio! Moment. Ich kann noch hier so eine Steinschleuder. Eine einfache Distanzierung, die er zieht, zu betäuben und zu töten. Ich verwende Steine als Munition. Vielleicht sollte ich das nehmen. Oder wie kann ich das? Äh, hört eine Geselle, lässt sich aber einschlafen. Gut, also ich brauch' diese Steinschleuder. Dann muss ich das nächste Mal die Steinschleuder... Mann, kann ich den so K.O. hauen vielleicht? Hey! Papa! Ich hab' keine Narko-Band dabei. Ich hab' schon wieder Tap genommen. Du bist als nächstes dran. Bist du ein Kerl oder eine Frau? Eine Frau. Ja, ich brauch' eine Frau. Ich bin so einsam, ich brauch' eine Frau. Oh, die laufen nicht viel hier rum. Ich bin ein Parasaurus-Paradies. Ah, Parasaurus-Paradies. Ich finde keine Narko-Bären. Ah, jetzt. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Bäh. So, gibt's aber nicht mal so kleinere, noch einen zweiten Dodos oder so, noch einen zweiten Dodos, den ich töten kann für Tierhaut? Da ist ein Kleiner. Du greifst mich an! Das ist der Terzen. Hier, noch so einer. Was ist denn das für... Was sind das für keine Dinger? Ah, Kompi, noch was? Hallo? Alter. Viermal rohes Fleisch, okay. Hab' ich jetzt eigentlich auch, äh, äh... Tierhaut... Ja, ich hab' zwölf hab' ich jetzt. Also einen hab' ich... Einen Tierhaut hab' ich bekommen, ja geil. Höh, was ist denn das? Achso, ach, Parasaurus. Der kackt ja Parasaurus hin. Das ist so eine Schildkröte. Aber ich hab' aber nur noch einen, einen Ding. Äh, die... Das ist ein Böser, ne? Ähm, ich brauch' noch mehr Speere, Vorsichtshalber. Falls er hier kaputt geht. So, und dann geh' ich jetzt mal hier auf die... Alter. Komm her. Ich würd' ja werfen, aber ich hab' leider keinen Steuerkreuz, um zu wissen, wo ich hinziele. Hey, du da! Jawoll, ich hab' was gefunden. Ah, nur rohes Fleisch. Scheiße. Ich brauch'... Gibt mir eure Haut! Höh! Wieso find' ich so wenig Haut eigentlich, wo ist das? Müsst du eigentlich mehr Haut finden? Vor allem hab' ich nur ein rohes Fleisch bekommen. Da ist noch so einer. Gib' mir deine Haut, ich... Ah, wieso, rennt ihr weg? Hallo! Höh! Attack! Was? Mega Nora? Was ist das? Oh, Mutsch! Mega Mücken! Oh, 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 was? Alter, da greifen hier so Insekten an. Darum muss ich mal kacken. Alles raus, was keine Miete zahlt. Ei, 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 ei. Die Bellen sind das. Großfleisch. Ich brauche aber Tierhaut. Scheiße. Der Dinosaurier ist wahrscheinlich weg, ne? Ich finde nicht mehr. Ich könnte probieren, so einen mal zu legen. Die sehen nicht sehr schnell aus. Ei. Oh, oh, oh. Oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin gebrochen. Jetzt greifen die mich alle an. Der hat seine Verwandtschaft geholt. Jetzt auch noch. Ihr spinnt doch. Nein! Ja, ich brauch Wasser, ich spinn doch wohl, ich brauch hier Leben! Nein! So, ich hoffe ich finde mein Haus wieder. Scheiße, wo bin ich jetzt hier gelandet? Ach du Scheiße, ich bin heute nie wieder! Ach du Scheiße! Kann ich den Spielstand laden, ne? Ach du Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wahrscheinlich finde ich irgendwann mal, finde ich mein Haus wieder. Ah, sowas doof ist. Oder ist es da hinten schon? Könnte sein, oder? Ich war da hinten bei dem Ding, aber auf der anderen Seite, muss ich komplett rüber? Hm, 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 hm. Wie sieht mein Inventar aus? Nichts. Nichts mehr dabei. Ich glaube ich bin komplett auf der, ich müsste komplett auf die andere Seite da rüber, muss ich. Über dem Berg da durch, da durch, durchs Wasser und dann auf die andere Seite, glaube ich. Oder nicht? Ach du Scheiße! Ah ne, ich brauchte aber die Tierhaut. Ne, nicht noch so einer. Ne, verschwindet! Da hinten ist mein Haus! 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 Hä? Wie kann das denn sein? Ich bin hier lang gegangen und der Turm schien von da... Ach, da ist auch ein Turm. Okay. Jetzt muss ich nur irgendwie rüber. Ich könnte es wagen zu schwimmen. Ich warte noch, ich... Mein Ausdauer reguliert sich dann hoffentlich bald. Oh, dann brauch ich... Ich brauch wieder... Ich hab meine ganze Rüstung verloren. So eine Scheiße. Oder finde ich meine... Vielleicht finde ich ja meine... Meine Leiche. Ich trau mich mal... Oh, oh. Oh, 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 oh. Wie? Schnell, Bobo, Bobo, hilf mir, Bobo, ho, 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 ho. Ich sollte mir so eine Notfall... Ausrüstung bauen. Später. Fals ich... Falls ich mal kaputt gehe. Dass ich dann nicht nackt dastehe. so vielleicht finde ich meine leiche vielleicht finde ich ja mein ganzes zurück wieder so ärgerlich ja ich bin froh dass ich mein haus wieder gefunden habe trautes heim dodo noch einer jetzt kommen sie alle raus oder was ist der oryx der ist tot jetzt kann ich endlich ordentlich mal mein parasaurus warum hast du mir nicht geholfen so wo bin ich gestorben hier hinten hier war ich nicht ah nee da ist mein rucksack shit alter wie soll ich jetzt an meinen rucksack kommen ich brauche mindestens einen speer steine kann ich mit meiner megaforst kann ich keine steine abbauen huch lex ich probiere mich anzuschleichen ja ich hab alles ich hab alles ich hab alles kann ich das alles nehmen alles nehmen nicht da ich war das nein nicht schon wieder das kann doch nicht sein du spinn doch so ein scheiß so ein scheiß ich brauche unbedingt ein speerfeuer um mich wenigstens verteidigen zu können oder schnell meine sachen anziehen ach du scheiße alter das sind triceratoms ne ja alter wie das wackelt so ein als reittier wäre genial oh oh da liegt ein ist das ein hai hey kann ich ranzuchen ist das nein dort heilig da äh ich glaube ich will doch nicht mehr ins wasser alter an dort heilig hier würde ich ganz gerne mal hinschwimmen um mal nachzugucken ich habe ja eh nichts ich habe eh kein inventar alter was ist denn das alter das sind so viele das ist noch einer von und da schwimmt noch einer der alte so viel wie ich ja ier die Von Harpoon oder sowas unter Wasser? Nee, nicht nur noch mal einer von denen. Oh, nee, 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 nee. Hoop. Geh weg. Du stinkst nach Maggi und nach Leberwurst und nach... Bäää. Wie, wie soll ich denn jetzt rüberkommen? Ohne Scheiß, wie soll ich denn rüberkommen, wenn diese Fische da sind? Ne, und der folgt mir immer noch. Was ist denn das für ein Vieh? Ich probiere es aus. Kann ich schneller schwimmen? Hier scheint es einigermaßen sicher zu sein. So, ich habe es ja wenigstens ein bisschen weiter nach vorne. Was habe ich gesagt? Ich brauche Steine, habe ich jetzt. Ich brauche jetzt noch Holz. Nein, ich brauche Holz und kein Stroh. Holz. Und einen Feuerstein. Ich habe ein paar noch. Ich habe noch ein paar im Haus, glaube ich zumindest. Da muss ich mal gucken. Bobo, du bewachst das Haus. Ja, das ist ja gut. Wenigstens einer, der was tut. Ich habe keinen Feuerstein. Aber hier sind die ganzen Narko-Bären. Na cool. Na gut. Stroh. Warum ich auch für eine Spitzacke Stroh brauche. Weiß nicht. Ist mir ein bisschen schleierhaft. Holz. Jetzt ist wie Holz hier oder was. Mit meinem Mega. So mache ich das übrigens auch zu Hause. Wenn man im Baum gefällt werden muss. Ich roda dann mal mit meinem Mega-Arm. Mit meinen Mega-Händen drauf. Und dann... Warum ist da Musik... Das macht mir so nicht angst. So, jetzt aber herstellen. Herstellbar was. Spitzacke. Ich sehe auch schon, gerade ist es wieder Zeit. Die Zeit. Die Folge ist vor allem... Das macht mir voll Spaß, das Spiel. Ich habe nämlich die Grafik runtergestellt. Von episch auf hoch. Jetzt läuft es für null nämlich flüssiger. So ein bisschen. Aber wenn ihr Bock habt. Würde ich das weiter spielen. Ich weiß nicht. Liegt an euch jetzt. Also ich spiele privat auf jeden Fall weiter. Ein, zwei Folgen mache ich nämlich noch auf. Und dann zwei Folgen. Ich komme zwei Folgen. Vier von dem Dings. Reicht das mal. Und dann gucke ich in die Kommentare. Falls ihr was geschrieben habt. Ob das auch was für euch ist. Oder ob das nicht für euch ist. Also privat werde ich es auf jeden Fall spielen. Ja. Weil ich wollte mal ein bisschen was anderes auf dem Let's Play. Auf meinem Channel machen. So ein bisschen. Aber ich glaube. Ich glaube ich für das. Das war da. Ich werde erstmal auf die Kommentare ab. Weil bringt ja nichts. Wenn ihr das nicht sehen wollt. Und ich es trotzdem hochjage. Hochlade. Wobei. Eigentlich kann es mir alles egal sein. Boah. Der ist so arrogant geworden. Gut. Ich würde sagen. Pausenende. Pausenende. Folgenende. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Wenn ich. Ein bisschen Feuerstein sammle. Ein Speer. In hoffnung. Dass ich dann diese. Der hinten liegt. Nein. Der habe ich zu spät gesehen. Der hinten lag ein Dinosaurier. Diesen Parasaurus. Oh fuck. Na egal. Ein Speer. Damit ich gegen diese Default Dings Bombs da antreten kann. Okay. Gut. Bis dann. Ciao. Ciao.